Als Kind, als ich zuerst mal die grosse Maschine gesehen habe, wusste ich, dass ich dort mitmachen möchte. Ich habe die Lehre als Netzelektiker angefangen. Groubet hat mir die Chance gegeben, mich weiterzubilden als Netzspezialist. Sie hat mich finanziell, aber auch zeitlich unterstützt. Dann kam der Posten für mich auch jetzt im Vertrieb. Und auch hier Groubet unterstützt mich und gibt mir die Möglichkeit, mich weiterzubilden als Verkaufsfachmann. Es gibt keinen Tag, der gleich ist wie der andere. Du bist zuständig für eine Region. Du kannst in einer Region deinen Kunden betreuen und du bist für deinen Kunden da. Du hast verschiedenste Arbeitskollegen, gute Leute, die dir helfen, die da sind für dich, wenn man etwas nicht läuft. Und das ist schön als Team, als zusammen. Groubet steigt dir das Vertrauen für all die Kunden, die dort sind. Mach so, wie du das Gefühl hast, dass es funktioniert. Das ist ein oxen. Cool. Das ist funktioniert. Das ist die Frage. Vielen Dank.